Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Meistersprechstunde. Heute geht es wieder ein bisschen um Pflanzenschutz und zwar um die Buchenwolllaus. Erstmal muss man sie erkennen, wie sieht die Buchenwolllaus aus. Also die Körperlänge ist ungefähr zwei bis vier Millimeter, sie ist hellgrün bis schwarz, je nachdem wie alt sie ist und man erkennt sie eigentlich am besten, dass sie so im oberen Bereich, also auf dem Rücken, so weiße Wachsfäden hat und die sehen aus wie Wolle und deswegen heißt sie Buchenwolllaus, ihre Lieblingspflanze, also wo sie am meisten drauf sitzt und die sie halt am liebsten mag, das sind die Buchen. Sie sitzt sehr gerne auf der Blattunterseite, also deswegen sollte man auch mal so einen Trieb hochnehmen und darunter schauen, dann kann man sie sehr gut erkennen. Ein Hinweis, dass eine Buche die Buchenwolllaus hat, ist immer, dass die Blätter so, ja so ein bisschen glänzen und dass da ein Honigtau drauf ist und zwar passiert das, wenn die Laus an den frischen Blättern saugt, dann kommt dieser süße Pflanzensaft heraus und der setzt sich natürlich dann auch an den Blättern ab und das nennt man dann Honigtau und das ist eigentlich der sichere Hinweis, dass halt eine Buche diesen Schädling hat. Wenn man nichts dagegen tut, also gerade bei Hecken, die frisch gepflanzt sind in den ersten zwei bis drei Jahren, dann kann das durchaus sein, dass vorzeitiger Blattfall ist, also sie wird nicht ganz kahl, aber dass die stark befallenen Blätter dann irgendwann fallen und sie sind so ein bisschen verkrüppelt, die Blätter, ganz klar, weil die Laus, die piekst ja mit ihren Rüssel in dieses Blatt rein und entzieht diesem Blatt im Prinzip dieses, ja diesen, diesen Saft und dadurch verkrüppelt dieses Blatt oder es rollt sich ein. Jetzt noch kurz zur Lieblingspflanze der Buchenwolllaus, wie ich schon erwähnt habe, sind das eben Buchen und da gibt es die, ja die Gattungen Phagus und Carpinus und genau an diesen frischen Neutrieben, also so, man sagt so, ja Mitte, Ende Mai, das sind so richtig die frischen, saftigen Blätter, die noch ganz weich sind in der Oberhaut, das liegt dann halt auf der Nummer eins der Speisekarte von der Buchenwolllaus. Besonders Buchenhecken sind da gefährdet, weil es ist einfach so, man schneidet Buchenhecken immer formal und da ist dieser Neutrieb sehr intensiv und ja, im Prinzip lädt das halt die Buchenwolllaus ein, dort halt sich breit zu machen. Was kann man jetzt dagegen tun? Also gerade bei Hecken sollte man das schon machen. Ich habe das wirklich jedes Jahr so gehandhabt und das ist wirklich mein ganz persönlicher Tipp, auch sehr zuverlässig. Ich verwende keine Insektizide, also keine Pestizide, weil ich das einfach in meinem Garten nicht möchte und ich schneide tatsächlich so ab 15. Juni, etwas vielleicht eine Woche davor, bis zum 15. Juni, schneide ich tatsächlich diesen Neutrieb schon ab und gehe im Prinzip auf die Urstruktur dieser Hecke zurück. Einfach, ich entziehe der Laus die Nahrungsgrundlage. Die Läuse werden dann, wenn jetzt im Inneren noch ein paar Rumschwören, freigelegt. Also dieser Neutrieb, der schützt ja im Prinzip das Innere der Hecke und somit auch die Läuse. Aber wenn ich diesen Neutrieb abschneide, dann sind sie ungeschützt und ich habe das wirklich beobachtet, dass wirklich die Meisen dann sehr intensiv nach dem Schnitt in die Hecke gehen und da die restlichen Läuse dann auffressen. Und es hat noch einen Vorteil, sie können mit diesen Läusen dann ihre Jungvögel versorgen. Größere Bäume bleiben ohne Schaden. Das ist einfach auch zu schwierig, einen sehr großen Baum mit einem Spritzmittel zu versorgen oder eben zu schneiden. Ein Baum ist ja auch ganz anders aufgebaut als wie so eine Hecke. Eine Hecke ist ja sehr dicht vom Geäst und eine Krone von einer großen Buche zum Beispiel, die ist sehr viel lockerer aufgebaut und die Vögel können auch viel viel einfacher in dieses Kronengeäst von einem großen Baum rein und sich dann halt ja an den Läusen laben. Und ich finde das immer ja sehr schön, wenn man auf die natürliche, den natürlichen Gegenspieler halt baut und da ja regelt das im Prinzip die Natur von alleine. Wenn jetzt der Läusebefall zu stark überhand nimmt, dann gibt es da jetzt auch noch die Möglichkeit mit Rapsöl zu arbeiten. Also ein Liter Öl mit zweieinhalb Liter Wasser gemischt. Das muss man immer sehr schön schütteln, weil das eine Emulsion ist und da sollte man die Hecke dann tropfnass besprühen und da bitte nicht die Blattunterseite vergessen, weil genau da ist der Lieblingsplatz der Buchenwolllaus. Man kann ja eine Druckpumpflasche zur Hilfe nehmen. Was man wirklich beachten sollte, Öl und Wasser mischt sich ja relativ schlecht, dass man ab und zu immer noch zwischendurch schüttelt, dass sich halt diese beiden Komponenten ja relativ gut vermischen. Es geht einfach um das Prinzip, dass das Wasser das Transportmittel darstellt für das Öl, um das Öl auf die Blätter zu bekommen und auf die Läuse. Warum möchte man ja dieses Öl auf die Läuse bekommen? Ist ganz einfach. Dieses Öl umschließt die Atmungsorgane, also die ja auch auf dem Rücken der Laus liegt und dadurch kann die Laus nicht mehr atmen und sie erstickt. Was aber wichtig ist, wenn man dann die Hecke damit behandelt hat, sollte man ungefähr ein, zwei Stunden warten und dann noch mal mit dem Wasserschlauch, Gartenschlauch ordentlich abspritzen. Das geht einfach darum, dass die Öl-Emulsion wieder einigermaßen abgespült wird. Also sie hat ihre Dienste geleistet, im Prinzip hat die Läuse abgetötet, aber trotzdem möchte ja die Buche weiterhin die Photosynthese betreiben und das kann sie halt am besten, wenn diese Öl-Wasser-Emulsion halt abgespült ist. Wir haben jetzt Mitte Juni und hier kann man das ganz gut sehen. Ich habe extra noch die ungeschnittene Hecke für euch belassen, dass ich euch das am besten ja an den Hecken zeigen kann. Es ist eine Blutbuche, also die mit dem roten Laub und da kann man das sehr gut sehen, dass diese weißen wolligen Läuse sich an der Blattunterseite befinden und hier daneben habe ich vor ungefähr 14 Tagen geschnitten und die sieht wirklich sehr gut aus. Also da finde ich auch keine Laus weiter. Da entwickelt sich sogar schon der Neutrieb, der gesunde Neutrieb, der dann nicht mehr befallen wird, weil die dann einfach nicht mehr aktiv ist. Die Laus, die hat immer nur so ihren Zeitraum, ja Mitte Mai bis Mitte Juni ist sie aktiv und wenn dieser Zeitraum vorüber ist, dann ja ist das Thema Buchenwolllaus einfach erledigt. Ich hoffe, dass ich euch wieder einen ganz einfachen Tipp, also den Rückschnitt ja erklären konnte, worauf es da ankommt. Wenn ihr Fragen dazu habt, gern direkt in die Kommentare schreiben. Bis dahin, eine schöne Gartenzeit.